Scheiße Hahaha Gut Oh, die arme Victoria. Oh, die arme, die arme, die arme, die arme, die arme. Oh, die arme, die arme, die arme, die arme. Oh, die arme, die arme, die arme, die arme, die arme. Oh, die arme, die arme, die arme, die arme, die arme. Oh, die arme, die arme, die arme, die arme, die arme, die arme, die arme. Hot Dog Man? Was ist Hot Dog Man? Verdammt nochmal. Ha! Äh... Akkukaros übersteuert. Okay. Wunderschön. Einmal aus dem Fenster sehen. Komm, davon kann man ein super Foto machen. Laia. Hmhm. Ja, wieso nicht? Du hast es dir verdient. We're almost in San Francisco. I'm so stressed, but... I'm so excited, too. Ist das Dana gewesen? Komm, fly with us, any time. Ah, I don't think so. I'm hoping... These airline seats get smaller, so I won't have to fly at all anymore. Haha, vielleicht wirst du auch nur bereit, ha? Oh, ja. Oh, ja. We're all of you for representing Blackwell at the Everyday Heroes contest. I know I'm not exactly the guy you wanted in San Francisco, but we all want you to have a great experience here. I already am, and we're not even there. Oh, Christ. Another nosebleed? Max... You're not just screwing around with time. Nein. Ach so. Wir hatten gerade die Erinnerung an dieses Bild. Oder? Ja. Ja. Zeitgeist-Galerie. Okay. Also sind hier alle Schulen hingekommen, jeder hat sein eigenes Foto sozusagen eingereicht, und wir sind einen der Gewinner sozusagen, die hier bei der Ausstellung sind. San Francisco is so cool. And this gallery is huge. So is the buffet. If an event skimps on the food, you know it's a bad event. As long as I don't have to eat any caviar. This is your day, Max. You can do whatever you want. I hope you take advantage of your status and talk to as many influential people here as possible. Work the room. I don't know. I feel so weird, like I'm a little kid hanging with the adults. Max. After this week, you are certainly not a little kid anymore. In fact, you're a noteworthy adult being honored by your peers. Now you have to start acting like the photographer you want to be. Hell, I want to be in charge of a big school someday. So I started taking charge of things when I was young. Ask my poor classmates. Max, I'm gonna eat up that caviar so you don't have to. Better get in there and start schmoozing. You know, I won't always be here to take charge. But you come talk to me whenever you want. Come on, Max. After everything that's happened, this should be the least scary thing you've ever done. Das stimmt. Das stimmt. Verdammt. Na? Wow, Sir Max. You did it. There I am. Along with all the other winners. I should say... Artists instead. By this... Nathan... Loose Shack. Good. Gästebuch. Na? Kann mich da nicht eintragen? Hm. That looks familiar. This might be too... Meta... Metaphoric. Okay. So viel sagt die uns leider nicht. Ah, hier, ähm... Ähm, 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 ähm... That one is kind of silly. Hm? Ich glaube, er zeigt ja auch cool. Ja, Blasenheit der Menschheit, ne? I would love to have this on a shelf. Someday. Boah, verdammt, wie heißt dieser Künstler? Ja. Es gibt einen berühmten Künstler. Oh, aber... Imagine how much time it takes to make one sculpture. Die sind auf jeden Fall aus Bronze gegossen. Äh, das sind Wachsfiguren. Dann wird da ein Abdruck von gemacht, ein Außendruck. Dann wird da Bronze reingegossen und dann ist das Bronze. Oder so in der Richtung. Oder? Ist das ein Bronzeabguss? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Oder ist das ein Ton... Toninnenkern oder irgendwie sowas. Hier gibt es einen ganz berühmten Künstler. Hm... Ich glaube, das ist irgendein Italiener. Ja. 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 Da war jemand, äh. Etwas übersehen. Neon-K phrisot! Ich hörte, Mark Jefferson supposed to be here tonight. No, not with my style, but the neon is a nice repräsentation. Ah shit! Pretentious alert. Are you Max Caulfield? Bravo on your entry! I'm the art critic for Iris N Magazine and we would love to include you and a piece about future trendsetters in photography. aussehen über details das weg das ok congratulations für die ps max kaufel bravo und die art kritik für iris in magazine und we would love to include you in a piece about future trendsetters in fotografie ja es in die details das weg das ok congratulations für die ps er ist okay gut dann gehen wir mal nach da oben ich finde es wirklich schön dass die hier dass die sich wirklich hier bei nun do not hier wirklich ideen gemacht haben und das passt irgendwie alles zum zu sagen jeden tag every day hero you must be the everyday hero from blackwell my name is lauren francis and i run the media department at detroit school of visual arts i'd love to talk about you being a residency next spring don't say anything to principal wells yet ok wonder if i can buy these everyday heroes pictures sorry i don't know your name but i saw your picture in the gallery brochure and i just wanted to let you know how cool your entry was good this makes me feel so sad usually these kind of contests they they put me to sleep but i like how this shows about specific actions you know not just abstractions the zeitgeist is doing some unique stuff this year oh yeah i always get so inspired whenever i come from here hey i love your shot i just wanted to say congratulations and i hope you get a lot more attention here on the plaque max caulfield everyday hero diminish hi and there she is to save the day hi you did it max you're a real artist at least for today oh shit 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 chloe hey are you okay we lost you there for a second your nose i'm okay uh jet lag high altitude okay how do you have to ring her off idiot Oh come on, please answer. Max, holy shit man, your vision! It's true! You saw the tornado, it's coming! What? Oh no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared! I'm by the beach! Chloe! Can you hear me? Hello? Hello? Oh my god! The tornado was real. Oh, I didn't fix shit! Chloe will die. Arcadia Bay is going to be destroyed. There has to be a way to stop this. For good. Ja, ich fürchte, da gibt es einen. Und zwar den einzigen Weg ist, das ganze hier wegzuschmeißen. No fucking way! Chloe can't die again. I have to save her. Ja. Excuse me, I'd love to ask you a few questions about your work. Sorry, but... Es geht nicht. Oh, your Max Caulfield, right? Tell me what kind of instinct camera you use. Um, can we talk later? Thanks. I literally do not have the time to deal with everybody. Es geht nicht. Verdammt noch mal! Es ist das Maximum. Kann es nicht scharf stellen. Okay. Ich bin total in deiner Fotografie. Nicht gerade jetzt. Fokus, Max. Chloe braucht dich jetzt. Es geht nicht. Oh, mein Gott. Kann ich auf dein Herz für einen Minute Pause sein? Danke, aber ich bin dran. Zinn, Max. Zinn. There ist niemanden, aber du... Nobody.